Ja, ich warte noch, bis die Frau vorne ist und dann wieder zurück. Was sagst du, Erik? Ja, das haben wir auch schon mal gehabt. Das ist gerade der Fabian, der was immer mit dem Essen. Wäre nett gescheit, was macht ihr denn? Ich kann das kleine, die man in der Folgen drauf nehmen. Komm, komm, komm.